Hey Leute, willkommen zu einem neuen COD-Video. Es gibt weitere Informationen zu Black Ops 3 Zombies, denn es wurde ein weiteres Bild geleakt, und zwar ein Bild aus dem Menü von Black Ops 3 Zombies. Denn es hat irgendwie vor einigen Tagen eine Veranstaltung gegeben, wo man Black Ops 3 Zombies schon testen konnte. Und eine Person hat dann dort auch ein Foto gemacht und das auf Reddit hochgeladen. Link zu diesem Reddit-Post ist in der Videobeschreibung. Hier im Video kann ich euch das Bild leider, leider nicht einblenden. Wir werden aber trotzdem so ein bisschen über das Bild sprechen. Das heißt, am besten jetzt einfach in einem weiteren Tab öffnen. Dann werden wir mal so ein bisschen drüber sprechen, was man dort denn alles sehen könnte. Denn es fängt schon mal ein bisschen seltsam an, wie ich persönlich finde. Auf der rechten Seite hat man bei diesem Bild nämlich diese ganzen Kugeln, die dort angezeigt werden. Erinnert mich so ein bisschen an diese Gumboys, die man bekommen kann auf der neuen Zombies-Map Shadows of Evil, wo man dann irgendwelche Fähigkeiten bekommt und so weiter. Allerdings weiß ich nicht wirklich, warum man die irgendwie im Menü schon anzeigen sollte. Eine Idee, die so ein bisschen im Netz geschwört ist, war dann, dass es vielleicht so ist, dass man am Anfang schon entscheiden muss, welche Kugeln man dann später im Spiel bekommen kann. Allerdings fände ich das ein bisschen seltsam und es würde auch nicht so wirklich viel Sinn machen. Es wäre ja fast so, als würde man irgendwelche Waffen auswählen, die man dann später in dieser Mystery-Box bekommen kann. Und alles andere kann man nicht bekommen. Von daher, ich denke, das ist doch irgendwas anderes. Was es genau sein könnte, weiß ich allerdings nicht. Auf der linken Seite sieht man dann ganz normal das Zombies-Menü. Das heißt, oben steht eben Zombies. Dann kann man das Spiel starten, die Map ändern und so weiter. Und unten links gibt es dann außerdem schon so ein kleines Vorschaubild der Map. Welche Map das ist, weiß ich nicht. Ich erkenne da leider nicht allzu viel. Allerdings, es könnte auch sein, dass diese Map, die man links unten sieht, auch in der Mitte angezeigt wird. Denn dort ist ja auch irgendwas zu sehen. Und zwar sieht man dort eben diesen eher dunklen Wald, der sehr vernebelt ist. In der Mitte ein Lagerfeuer, wo eine Person dran sitzt. Und es könnte eben sein, dass diese Map, die man auswählt, auf der linken Seite dann auch nochmal im Hintergrund gezeigt wird. Und es könnte wirklich sein, dass wir eben eine Map bekommen bei Black Ops 3 Zombies, die in so einem düsteren, vernebelten Wald spielt. Und ich könnte mir das ganz gut vorstellen. Ich glaube, das könnte auf jeden Fall eine gute Atmosphäre hergeben. Ganz allgemein kann ich mir auch ganz gut vorstellen, dass mit dem Lagerfeuer auch noch ein bisschen mehr gemacht wird, als jetzt vielleicht bei Black Ops 3 Multiplayer gemacht wird. Denn im Multiplayer sitzt ja einfach der eigene Spezialist in irgendeiner Umgebung. Und weil man bei Zombies ja eigentlich nur mit bis zu vier Leuten spielen kann, also so Korb-mäßig, kann ich mir ganz gut vorstellen, dass vielleicht alle Leute immer an so einem Sammelpunkt stehen oder sitzen. Das heißt, es könnte sein, dass alle an einem Lagerfeuer sitzen, wenn eben diese Map ausgewählt ist. Und sobald jetzt hier vielleicht einer nachschaut in dieser Lobby, sitzen dann zwei Leute am Lagerfeuer. Ich bin mal gespannt, ob irgendwas in diese Richtung dazukommt. Könnte ich mir ganz gut vorstellen. Wäre auf jeden Fall eine sehr lustige Funktion. Und ja, das war es denn ansonsten mit diesem Bild. Habt ihr irgendwas gesehen, was ich jetzt übersehen habe? Wenn ja, dann schreibt mir dazu gerne was in die Kommentare. Ich bin da mal gespannt. Ganz allgemein bin ich froh, dass man Zombies anscheinend schon spielen kann und dass die ersten Leute wirklich schon spielen können und dürfen. Denn das könnte bedeuten, dass wir in der nächsten Zeit auch weitere Informationen, Trailer und vielleicht echtes Gameplay bekommen. Falls wir da was bekommen, dann halte ich euch natürlich auf dem Laufenden. Und das war es dann von mir. Falls euch das Video gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Falls ihr weiterhin bleibt, ob es drei Videos sehen wollt, dann lasst auch ein Abo da. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.